Ich glaube, das ist heute der erste Talk, in dem ich nichts zu kritisieren habe. Wirklich gar nichts. 7 zu 0 gegen Bochum. Es war ein unglaubliches Spiel. Willkommen zum Talk Bayern München gegen den VfL Bochum. Der Aufsteiger aus Bochum zu Gast in der Allianz Arena. Eigentlich eine klare Sache. Die Bayern, das ist ein Pflichtsieg, muss man machen. Und es ging auch direkt gut los. Sané mit einem wunderschönen Freistoß, wo man nur mit der Zunge schnalzen kann. Der Torwart von Bochum regt sich auf. Zu Recht. Es war schlecht gestellt, muss man ganz einfach sagen. Aber natürlich auch super getreten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gab so viele gute Szenen. Auf die nächste Szene folgte die nächste gute Szene. Kimmich, für mich der Spieler des Spiels, zwei Tore gemacht. Die Position liegt ihm super. Und was Nagelsmann aus der Truppe jetzt gemacht hat, ist einfach unglaublich, wie er sie nochmal ein Level-up gebracht hat, meiner Meinung nach. Es gab ein, zwei Szenen vielleicht, wo man minimal meckern kann. Aber das war abseits. Und ich denke, da braucht man sich demnach nicht weiter mit beschäftigen. 4-0 ging es in die Pause. Gnabry hat auch noch getroffen. Hat seine Schnelligkeit ausgespielt. Und, naja, was noch zu allem Überflüsse für Bochum dazukam. Am Ende der ersten Halbzeit noch ein Eigentor geschossen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also der Torwart wollte rauskommen, weil Lewy wäre nicht mehr rangekommen. Und, ja, ist ganz kurios. Es hat einfach alles, heute ist alles falsch gelaufen beim VfL. Es hat nichts funktioniert. Irgendwie taten sie mir auch am Ende ein bisschen leid. Ich habe auch das Gefühl, in der zweiten Halbzeit haben die Bayern ein bisschen Luft rausgenommen. Aber Nagelsmann hat Lewy noch nicht ausgewechselt, obwohl man so deutlich geführt hat. Warum? Weil man ein Tor machen möchte. Und das hat er auch noch gemacht. Denn mit diesem Tor hat er in 13 Heimspielen in Folge getroffen. Und das ist ein neuer Bundesliga-Rekord. Auch wenn es ein bisschen mies war, es wäre eigentlich Gnabrysson gewesen. Er hat seinen Fuß hingehalten. Gut, kann ich auch. Aber du musst doch erst mal da stehen. Trotzdem denke ich deswegen, dass man das Ganze nicht unterbewerten sollte. Es war spielerisch unglaublich. Die Pässe, diese Aggressivität in den Zweikämpfern. Aber gute Aggressivität. Faire Aggressivität, dieser Wille, den Ball kriegen zu wollen. So will ich Fußball erleben. So will ich ihn sehen. So will ich ihn spüren. Das ist Emotion pur. Es war heute unglaublich, dieses Spiel. Zack, zack, pass hierhin, pass dahin. Warum kann das nicht immer so laufen? Auch in der Champions League gut. Läuft ja auch im Moment gut. Im Moment läuft eigentlich alles gut beim FC Bayern. Man ist jetzt im Moment Erster. Gut, man muss abwarten, was Wolfsburg macht. Trotzdem finde ich persönlich, ist der FC Bayern im Moment die stärkste Mannschaft. Und auch die Auswechselspieler. Wir haben ja super Spieler verbrannt. Tchobo Muting wurde noch eingewechselt für Lewandowski. Der trifft auch noch zum 7 zu 0. Wir haben nicht nur den besten Kader. Wir haben auch die besten Ersatzspieler im Moment. Die besten Backups. Weil Tchobo Muting ist nicht einer, der sich beschwert, wenn er nicht spielen darf. Der freut sich, wenn er spielen darf. Und solche Spieler braucht die Bundesliga. So, das soll es gewesen sein für heute. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Talk wieder einschaltet. Lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Talk. Und ciao.